Es traf dieser Brief ein, das kann man nicht sein Auf den wartete ich schon viele Wochen lang Jetzt lag ein Mont in meinem Briefkasten drin Soll ich ihn öffnen oder lass ich's lieber sein? Ich zog mich geschwind an und sagte mir dann Wenn ich jetzt nicht sofort nachguck, dann werd ich nach verrückt Ritsch, ratsch, den Umschlag aufgemacht Entzückt, entrückt und ungemein verglückt Lass ich, dass ich angenommen bin Die Zeit des Wartens ist für mich dahin Schon bald werd die Karten neu gemischt Erinnerung an schlechte Zeiten erlischt Der erste Schultag war da, Uhrzeit war klar 7.55 Uhr ist die Stunde der Wahl Doch wohin soll die Reise denn gehen? Meine Katze hat den Brief geklaut Welchen Raum soll ich nehm? Hei, 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 he Musik 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 Vorhin war es 22. War 23? 23 war es vorher. Und jetzt ist es 24. Achso. Langsamer nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017